Absolute Herzensangelegenheit und sicherlich auch Innovation ist unser Heat4Need-Window. Hier ist unser Gedanke, das Momentum des aktuellen Tune2Hypes zu nutzen, um was Gutes zu tun und unterstützen mit Heat4Need wechselnde Charity-Projekte. Auf diese Seite komme ich nur mit einem Code. Alle drei Minuten ändert sich dieser Code. Du musst praktisch hier vor Ort sein und im Zweifelsfall hast du Zugriff auf deinen Traumschuhe, den du eigentlich schon abgeschrieben hast und tust dabei sogar noch was Gutes. Also ich glaube, eine schönere Kombi gibt es ja eigentlich kaum.